Hallo zusammen. Heute ist Erik Bagger hier zur Durchsicht. Wir müssen nachsehen, ob er gesund und munter genug für all das Baggern ist. Wer will ihm helfen? Ich glaube, ich wähle Gelbi. Ich weiß, dass du spielen willst, aber ich glaube, die Arbeit in der Werkstatt macht dir genauso viel Spaß. Sehen wir uns zuerst deinen Motor an, Erik. Lass ihn mal schön aufheulen. Das kannst du doch besser, Erik. Gut gefangen, Gelbi. Jetzt sehen wir uns mal dein Raupenfahrwerk an. Gleich fertig mit der Durchsicht, Erik. Mal sehen, wie gut dein Baggerarm funktioniert. Oh, der braucht einen Tropfen Öl, Gelbi. Gut gemacht, Erik. Du hast die Durchsicht geschafft. Jetzt bist du bereit und kannst weiterbaggern. Willst du zu den anderen, Gelbi? Ich habe doch gesagt, Arbeit kann Spaß machen. Wir sehen uns bald wieder mit mehr Arbeit und Spaß bei Gekkos Werkstatt. Oh, hallo zusammen. Vicky Eiswagen ist gerade zur Reparatur hier. Wir sind jetzt bei den letzten Feinheiten. Danke, Gelbi. Bringst du mir bitte einen Schraubendreher? Vorsicht, Mechaniker. Der Schlauch ist voll mit eiskalter Luft, denn so hält Vicky ihr eiskalt. Gelbi, drück bloß nicht den Knopf. Blut, Blut! Beispiele! Beispiele! Blut, blut... Blut, blut. Ich bin der Topatik. Ah! Ah! Ja! Ah! 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 Danke, Mechaniker. Ihr habt mich gerettet. Jetzt lasst uns Vicky fertig reparieren. Danke, Vicky. Bis bald. Ah! Es ist so schön, Urlaub zu haben. Ich liebe Camping. Hm. Das Feuer wird sehr klein. Gelbi, holst du bitte noch etwas Feuerholz? Zeit für eine Geschichte. Ich glaube, das Geschichtenbuch ist im Wohnwagen, Grüni. Danke, gel. Warte mal. Das ist doch der Radstopper. Das heißt... Schnell! Haltet den Wohnwagen! Ah! 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 Ich muss ihn doch irgendwie stoppen können. Ah! Ah! Puh! Danke, Grüni. Ah! 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 Tut mir leid, das alte Sofa muss auf die Müllkippe. Wir können es nicht behalten. Da ist Familie Truck, Mama Truck, Mami Recycling und Baby Truck. Das war eine harte Landung, wenn wir es nur irgendwie weicher machen könnten. Wie war das, Mami, du hast eine Idee? Da ist locally in der Klobe. Was ist優lich? Du hast die Müllkippe. Was ist immer noch ohne Wollkanin? Ich weiß es, wie es ist. Wenn Sie mal nur die Müllkippe haben. Dann ab jetzt ein Wollkippe. Dann ab jetzt. Dann ab jetzt mal. Bitteschön, Baby Truck. Dieses Mal landest du bestimmt weich. Gern geschehen, Baby Truck. Oh, danke, Mami Recycling. Es ist immer schön, etwas Neues aus etwas Altem zu machen. Sehr gut, Erik. Ist es jetzt besser? Was war das? Oh, das ist Max Monster Truck. Er sollte hier doch nicht spielen. Baustellen sind gefährlich. Seht euch nur an, wie viel Chaos Max macht. Aha. Oh nein! Max hat keinen Benzin mehr. Wir müssen ihn da rausholen, bevor der Beton hart wird. Schnell, Mechaniker, holt das Benzin. Oh nein! Der Beton wird in einer Minute hart sein. Oh, wie sollen wir denn das Benzin nur zu Max bringen? Haha, Erik hat eine Brücke gemacht. Ah, der Beton ist fast fest. Ah, Max Fahr. Ich glaube, Max hat seine Lektion gelernt. Danke, Max. Wieder ein Problem gelöst. Wir sehen uns. Bis bald! Hallo zusammen. Heute hat Grüni Geburtstag und wir bereiten eine Strandparty vor. Langsam. Das sind Heliumballons. Deshalb steigen sie hoch. Ah, alles ist bereit. Wir warten nur darauf, dass Fiona Feuerwehrauto mit Grünis Geburtstagskuchen kommt. Hä? Vorsicht, Fiona. Fahr nicht auf den nassen Sand. Und? Schnell, die Flut kommt! Irgendwie kriegen wir dich raus, Fiona. Ach ja, wir könnten sie mit all deinen Luftballons rausfliegen, Grüni. Ich weiß, du liebst deine Balance, aber Fiona braucht sie dringend. Können wir sie bitte benutzen? Ja. Es funktioniert! Es funktioniert! Es funktioniert! Oh, oh! Es funktioniert so gut! Sie fliegt davon! Das ist es! Los, los, Mechaniker! Gut gemacht, Mechaniker! Und da kommt der Rest der Partygäste. Schön, dass ihr alle da seid. Gut, dass du geteilt hast, Grüni. Und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Hurra! Komm, Blaui. Ich glaube, es ist Zeit fürs Bett. Gute Nacht, Mechaniker! Hä? Bobby, was machst du so spät noch hier? Oh nein! Du brauchst einen neuen Reifen. Das kann ich reparieren. Aber wir müssten leise sein. Oh! Oh! Puh! Das war knapp! Nein, 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 nein. Oh. Nein. Oh. 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 Fertig, Bobby. Gute Nacht. Oh. Vielleicht setze ich mich nicht mehr an. Vielleicht nur ganz kurz hin. Kommt, Mechaniker. Heute kommt Fiona Feuerwehrauto zu uns. Wow. Ich bin Herr Wiesel. Inhaber von Wiesels Werkstatt. Vollautomatische, schnelle Reparaturen. Hallo, Herr Wiesel. Ich bin Gekko. Äh. Oh. Da kommt meine erste Kundin. Wir reparieren es ratzfatz. Drum sind wir auf dem ersten Platz. Wir sehen uns, Frosch. Äh. Ich heiße Gekko. Okay, Fluella. Das dauert nicht lang. Ähm. Ich bin nicht sicher, mit welchem Knopf man die Wartung startet. Oh. Oh. Ich drücke sie einfach alle. Das müsste gehen. So. Whew. Oh. Das ist gut. Die Wachtskirchen. Komm bald wieder Felicity. Das ging echt schnell. ICHNIKE. Oh yeah. Sie sieht nicht gut aus. Komm rein, Fiona. Das sehen wir uns mal an. Das ist das Problem. Wiesel wollte so schnell färbig werden, dass er dir Seib in den Öltank gekippt hat. Wir haben das Problem behoben. Fionas Öltank wird uns loben. Hm, ich habe doch den richtigen Knopf gedrückt. Igitt! Ups, wir sehen uns bald wieder in Gekkos Werkstatt. Bis bald! Blaui! Blaui, wo bist du? Hm, hallo zusammen. Wir arbeiten heute draußen, weil Fionas Leiter klemmt und sie zu groß ist. Oh, deine Reifen sollten wir auch überprüfen, Fiona. Oh, Blaui. Holt bitte jemand den Wagenheber? Gut gemacht, Roti. Ich hole mein Werkzeug. Ach, du rote Neune. Keine Sorge, Roti. Wir holen dich da irgendwie runter. Grüni, Gelbi, holt eine Decke. Ich habe eine Idee. Roti, wenn ich loslassen sage, lässt du los. Okay? Loslassen! Oh! Blaui! Jetzt kannst du ein Held sein! Bereit, Blaui? Drei, zwei, eins, los! Keine Sorge, wir fangen euch! Du hast uns gerettet, Blaui! Ein Hurra für unseren Helden! Komm, du Supermechaniker. Lass uns Fiora fertig reparieren. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald! Hallo zusammen. Willkommen zurück bei Gekkos Werkstatt. Bobbybus ist gerade zur Kontrolle hier. Wir sind fast fertig. Wir sind fast fertig. Wir sind fast fertig. Wir sind fast fertig. Wartet! Mechaniker! Ich bin noch hier oben! Tschau! Bobby! Bobby! Oh nein! Er kann mich nicht hören! Oh nein! Er kann mich nicht hören! Ah! 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 Mechaniker! Schnell! Tut etwas! Ah! Vorsicht, da ist eine Brücke. Wow, heiliger Schraubendreher. Oh ja, eine hohe Brücke. Gute Idee, Mechaniker. Wenn ich nur daran... Verpasst! Was jetzt? Wow! Gute Idee, Gelbi. Du hast mich gerettet. Schon okay, Bobby. Du wusstest es nicht. Und niemand ist verletzt. Danke für eure Hilfe, Mechaniker. Was würde ich nur ohne euch tun? Bis bald! Da sind Mama Truck und Baby Truck. Warum wartet ihr hier? Der Tunnel ist blockiert und ihr kommt nicht durch? Hm, das sehe ich mir mal an. Wow, ein Niederbruch. Noch ein Niederbruch. Wir sitzen hier fest. Keine Sorge, ich habe mein Werkzeug dabei. Hm. 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 Du bist ja, ich場 freue. Um lawmen, ein größeres Werkzeug. Nicht mal Tilli ist stark genug, um den Felsen zu bewegen. Wie sollen wir hier rauskommen? Oh, das war immer gut. Wo ist die Sache? Wow, ich wusste nicht, dass du so stark bist. Mama Truck, du hast uns gerettet. Ich sollte Erik Bagger anrufen, damit er die Felsen wegräumt. Wir sehen uns nächstes Mal zu Spaß und Abenteuer in Gekos Werkstatt. Willkommen zurück bei Gekos Werkstatt. Es ist ein schöner, sonniger Tag, also wird Roti heute aufs Dach steigen. Und unsere neuen Solarplatten anschließen. Die saugen die Energie von der Sonne auf und machen daraus sauberen Strom für die ganze Werkstatt. Hallo, Bobby. Wow, zieh dich nur an. Du bist ja ganz schmutzig und wir haben dich erst gestern sauber gemacht. Kein Problem. Plitsch, Plitsch und Platsch. Aktiviere Gekos Autowaschanlage. Du bist wieder sauber und bereit für die Straße, Bobby. Oh, du bist wieder schmutzig. Wie ist das passiert? Ich glaube, wir müssen dich per Hand waschen. Klitsch, sauber. Jetzt kannst du wieder auf deine Busstrecke, Bobby. Das macht dich immer so schmutzig. Dein alter Benzinmotor. Hm. Was würdest du von einem neuen, sauberen Elektromotor halten? Sind die Solarplatten bereit? Die Platten wandeln die Sonnenenergie um. Und schon macht Bobby sauber. Brumm, brumm. Wir sehen uns bald wieder für noch mehr Spaß bei Gekos Werkstatt. So ist gut, Mechaniker. Wir machen die Werkstatt schön sauber. Oh, klingt, als hätten wir einen Kunden. Es ist Familie Truck, Mami Truck, Mami Recycling und Baby Truck. Die nicht gerade glücklich aussieht. Ein Wackelzahn? Das ist kein Grund zur Sorge, Baby Truck. Wenn er rausfällt, kannst du ihn unter dein Kissen legen. Dann bekommst du eine Goldmünze. Oh nein, Baby Truck hat ihren Wackelzahn weggenießt. Oh, keine Sorge, wir finden ihn. Los, los, Mechaniker. Ich geht! Tut mir leid, Grüni. Aber das ist kein Zahn. Oh, ey, oh. Oh, Vorsicht, Gelbi. Oh, wir haben die ganze Werkstatt abgesucht. Aber wir finden Baby Trucks Zahn einfach nicht. Wartet mal. An einem Ort haben wir noch nicht geguckt. In Blauis Staubfädel. Aha. Bitte schön, Baby Truck. Jetzt nimm ihn mit und leg ihn unter dein Kissen. Wir sehen uns bald wieder zu neuen Abenteuern in Gekos Werkstatt. Bis bald. Woher kommt das denn alles? Oh, Herr Wiesel. Alles okay? Ich habe aus Vicky den schnellsten Eiswagen der Welt gemacht. Aber sie ist losgefahren, bevor ich ein Eis essen konnte. Wir müssen Vicky stoppen, bevor sie noch mehr Schaden anrichtet. Da kommt sie. Bereit, Blaui? Blaui, schnell drück den Ausfluss. Ich habe immer noch kein Eis bekommen. Oh, ich hasse Raketen. Kommt, Mechaniker. Wir sehen mal, ob alles okay ist. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Hallo zusammen. Hier ist Gekko. Wir sind gerade auf dem Heimweg. Was? Das ist Baby Truck. Was war das, Baby Truck? Ein Schnuller ist weg? Sei nicht traurig. Sei nicht traurig. Wir finden ihn wieder. Los, los, Mechaniker. Sieh mal bei den roten Blumen nach. Siehst du da etwas? Was ist mit der grünen Hecke? Siehst du da etwas? Irgendwo hier muss er ja sein. Tut mir leid, Baby Truck. Ich finde deinen Schnuller nicht. Blaui! Gut gemacht. Du hast ihn. Bitte schön, Baby Truck. Ende gut. Alles gut. Danke für eure Hilfe. Bis bald. Hallo zusammen. Heute ist viel los. Baby Truck und Max Monster Truck brauchen einen Reifenwechsel. Aber wo ist Max? Juhu. Oh, ha ha. Oh, hallo Max. Los, los, Mechaniker. Gelbi. Gelbi. Oh, Gelbi hat sich den Kopf gestoßen. Also seid ihr dran, Blaui und Roti. He, 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 He. Hey. Äh. Äh. Tschüss, tschüss, tschüss. He, He. Heiliger Schraubendreher! Komm mit, Gelbi! Die Reifen habt ihr wohl vertauscht? Schon okay. Wir machen alle mal Fehler. Wir müssen die Reifen nur zurücktauschen. Oh, keine Sorge, Max. Wir haben es gleich geschafft. Baby Truck, wir wissen, dass du Spaß hast. Aber die Reifen gehören Max. Vielleicht sollten wir sie ihm zurückgeben. Oh, gut gemacht, Baby Truck. Es ist wichtig, die Sachen immer zurückzugeben, die man sich ausleiht. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald! Du hast recht, Grüni. Da brennt es. Ich glaube, Fiona Feuerwehrauto ist auf dem Weg. Oh nein! Mama und Baby Truck spielen Truckrennen. Sie sind so laut, dass sie Fiona Sirene nicht hören. Fiona, wir sollten dich mit einer lauteren Sirene ausstatten. Los, Mechaniker! Lasst uns Fionas neue Sirene einbauen. Wir brauchen ein schönes, lautes Tatü-Tat-Tat. Fertig! Probier es mal, Fiona. Das ist falsch. Klingt nach einer Haustür. Probieren wir es nochmal. Und das klang wie ein Dinosaurier. Wir brauchen ein Tatü-Tat-Tat. Das war richtig. Aber es muss viel lauter sein. Hm, der Warmkegel hat dich lauter gemacht, Gelbi. Vielleicht funktioniert das auch mit der Sirene. Das ist ein lautes Tatü-Tat-Tat. Bis bald, Fiona. Danke, dass du bei Gekos Werkstatt warst. Ich fühl mich nicht so gut. Oh nein, Harrybus hat heute einen Termin zur Durchsicht. Schafft ihr das, Mechaniker? Ja! Oh! Oh! Ist alles okay? Was war das für ein Geräusch? Schon okay. Ich fühle mich ein bisschen besser. Sieht so aus, als hätten die Mechaniker alles unter Kontrolle. Gut gemacht, Mechaniker. Fiona Feuerwehrauto. Was ist denn los? Dein Schlauch funktioniert nicht. Na, dann schauen wir mal. Keine Sorge, Fiona. Das haben wir gleich wieder. Ich hole meinen besten Schraubenschlüssel. Was ist denn los? Was ist denn los? Was? Kommt schon Mechaniker, helft mir doch mal bitte. Geht's dir gut, Gelbi? Okay, das Problem haben wir gelöst. Danke, dass du bei Geckos Werkstatt warst, Fiona. Bis bald. Hallo zusammen. Ich bin Gecko. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Baby Truck kommt heute zum ersten Mal in unsere Werkstatt. Wir haben deshalb für ihre Begrüßung etwas ganz Besonderes vorbereitet. Hallo, Baby Truck. Bist du nervös? Ist schon gut. Du bist hier in sicheren Händen. Oder, Mechaniker? Sonst zu machen. Ah! Oh! Ah! Ah! Baby Truck! Warte! Ah! Ah! Oh nein! Wir haben Baby Truck verschreckt. Keine Sorge Mama Truck, wir finden sie. Schnell Mechaniker, wir müssen Baby Truck finden. Harme Baby Truck, wo kann sie denn nur sein? Versteckst du dich Baby Truck? Weil du nervös bist? Weißt du was? Ich auch. Du bist das erste Mal in der Werkstatt. Wir wollten, dass es für dich was ganz Besonderes wird. Tut mir leid, wenn wir dich erschreckt haben, aber ich verspreche, dass wir uns besonders gut um dich kümmern werden. Ist das okay? Schnell hoch mit dem Werkstatttor. Ein Fahrzeug braucht uns jetzt sofort. Hab noch einen schönen Tag, Baby Truck. Du warst so tapfer. Gern geschehen, Baby Truck. Vielen Dank, dass ihr heute bei Geckos Werkstatt reingeschaut habt. Bis bald! Hallo zusammen. Hier ist Gecko. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Also habe ich beschlossen, Vögel zu beobachten. Oh, seht mal. Die Zwillinge. Barry und Carrie. Oh nein! Barry hatte einen Unfall. Schnell, Mechaniker. Wir müssen schnell helfen. Schnell, schnell, Tilly-Abschleppwagen! Keine Sorge, Barry. Wir haben dich gleich da rausgeholt. Blaui! Dann untersuchen wir dich mal. Hm, das ist seltsam. Dein Motor springt nicht an. Ah, Carrie will Barry aufmuntern. Wie lieb. Achoo! Da liegt der Hase oder Fisch im Pfeffer. Der Fisch steckte wohl in Barrys Auspuff. Deshalb ist der Motor nicht angesprungen. Es ist so schön, wenn Freunde zu Besuch kommen. Da wird man viel schneller wieder gesund. Der Fisch ist wieder zu Hause. Seine Freunde haben sich bestimmt schon Sorgen gemacht. Also, Ende gut, alles gut. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald! Willkommen zurück bei Gekkos Werkstatt. Wir haben gerade unser Notfall-Warnsystem installiert. Hä? Da steckte jemand in Schwierigkeiten. Schnell, schnell, Tilly-Abschleppwagen! Schnell, schnell, Tilly-Abschleppwagen! Das ist Erik Bagger. Er hat wohl einen Felsen erwischt. Sieh! Sein Raupenfadag ist kaputt. Oh! Oh, Blaui! Ich weiß, das Gewitter ist gruselig. Aber wir brauchen deine Hilfe. Bist du tapfer für uns? Äh, ich komme nicht ran. Ich bin zu groß. Da passe ich nicht durch. Hä? Oh nein! Wir müssen uns beeilen. Ich glaube, der Damm wird überlaufen. Blaui ist klein genug dafür. Gut gemacht, Blaui. Du bist sehr mutig. Oh nein! Der Damm hält nicht! Schnell, Blaui! Ah! Gut gemacht, Blaui. Du hast dich deinen Ängsten gestellt. Sieh mal! Ein Regenbogen! Macht's gut, euer Gekko. Bis bald! Hallo zusammen! Willkommen bei Gekos Werkstatt. Heute ist ein ruhiger Tag. Wir machen ein bisschen Frühjahrsputz. Hä? Was war das denn für ein Geräusch? Bobby, der Bus? Du siehst ja gar nicht gut aus. Komm, wir sehen uns dich mal an. Oh je, Mimi. Bobby geht es gar nicht gut. Mal sehen, ob wir herausfinden, was los ist. Hm. Vielleicht brauchst du mehr Kühlflüssigkeit. Los, los, Mechaniker! Au! Nein! Daran lag's nicht. Ah! Ah! Äh! Hm. Wartet mal! Oh! Aha! Der arme Bobby hat ein Ölleck. Der Motor braucht Öl, um geschmeidig zu laufen. Das können wir reparieren. Hm. Hm. Der Grund für deine Schmerzen ist, aus einem Rohr läuft Öl heraus. Grüni repariert's mit List. Die Funken fliegen. Applaus, Applaus! Dann noch ein Pflaster angebracht. Hurra! Grüni, Blaui, gut gemacht! Geht es dir besser, Bobby? Hahaha. Ein weiterer zufriedener Kunde. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal bei Gekos Werkstatt. Bis bald! Hallo zusammen, willkommen zurück bei Gekos Werkstatt. Heute ist es sehr matschig, also machen wir unsere Waschanlage bereit. Seht mal, da kommt Baby Truck, um sauber gemacht zu werden. Hallo Baby Truck. Lass mich mal raten, weshalb du hier bist. Plitsch, Plitsch und Platsch. Aktiviere Gekos Autowaschanlage. Hm, das geht so nicht. Du bist immer noch schmutzig. Na klar! Wir haben vergessen, Seife nachzufüllen. Ohne Seife wird man natürlich nicht blitzsauber. Jetzt ist die Seife aufgefüllt. Dann können wir jetzt den Matsch wegwaschen. Sehr seltsam. Die Rollen müssten eigentlich den Schaum abwaschen. Aha, das ist es. Baby Truck ist zu klein. Die Rollen kommen nicht dran. Hurra! Die Waschanlage funktioniert. Und Baby Truck ist blitzeblank. Macht's gut, euer Gekko. Bis bald! Ein Schlagloch! Ich muss Dylan Kipplaster und Eric Bagger sagen, sie sollen es auffüllen. Oh je! Sieht so aus, als hätte Bobby Buss Probleme. Verschraubt nochmal. Er hat einen Unfall. Komm, wir ziehen ihn raus, Tilly. Oh, keine Sorge, Bobby. Wir bringen dich in Ordnung und zurück auf die Straße. Schnell! Auf mit dem Werkstatttor! Ein Fahrzeug braucht uns jetzt sofort. Jetzt müssen wir rausfinden, was dir fehlt, Bobby. Als erstes untersuchen wir deine Augen. Los, los, Mechaniker! Also keine Probleme mit den Augen. Jetzt deine Reifen. Mit deinen Reifen ist auch alles in Ordnung. Aha, ich habe das Problem. Du hast eine verbogene Achse. Keine Sorge, wir begrabigen die Achse ganz schnell. Hihi, die Achse ist so gut wie neu. Nun gute Fahrt und toi, toi, toi. Hihi, ich bin froh, dass wir das gerade biegen konnten. Ein schönes Gefühl, einem Freund zu helfen. Danke, Mama Truck. Danke, Mami Recycling. So weit, so gut. Denkt alle daran. Heute ist Valentinstag und wir helfen Baby Truck, ein Essen für ihre Mamas zu machen. Das ist ein Geheimnis. Also, pssst. Ihr bereitet es vor und ich lenke ihre Mamas ab. VIELDE Musik Sorg-VIELD sold und so gut. Sorg-VIELD Musik Ja. Wir müssen deine Radkappen sauber machen bei mir, Recycling. Das war wohl, äh, der Wind? Okay, mal sehen, ob eure Schrauben fest genug sitzen. Hm, puh. Hihi, alles klar. Fertig. Tadaa! Hihi, hihihi. Fröhlichen Valentinstag, Mama Truck und Mami Recycling. Oh, gern geschehen. Aber das war alles Baby Trucks Idee. Gut gemacht, Baby Truck. Deine Mamas freuen sich sehr. Bitte schön, Eric. Jetzt ist dein Arm wieder so gut wie neu. Mechaniker, was macht ihr hier? Aber, Mati? Oh, ich verstehe. Ihr sucht einen Piratenschatz. Ah, Kameraden. Was war das für ein Geräusch? Äh, Eric hat was gefunden. Vielleicht ist es ein vergrabener Piratenschatz. Hm, ich frage mich, was das ist. Hm, ich frage mich, was das ist. Hm, ich frage mich, was das ist. Oh, Gelbi. Es ist vielleicht kein Gold, aber das heißt nicht, dass es kein Schatz ist. Oh. Es ist eine Eisenbahn-Dreisine. Aber, hm, irgendetwas fehlt. Ah, wow. Eric hat die alte Schiene gefunden. Versucht es jetzt, Mechaniker. Seht ihr? Auch wenn etwas nicht aus Silber und Gold ist, kann es trotzdem ein Schatz sein. Los, los, Mechaniker. Jetzt, Max. Oh, was ist das denn für ein Krach? Super Landung, Max. Mit den neuen Aufhängefedern kannst du wirklich sanft landen. Ich glaube, wir brauchen meinen Plan B gar nicht, hm, Rotti? Nur noch ein paar kleine Korrekturen. Haha. Du willst mehr sein wie dein Bruder? Hm, Molly? Warte kurz hier. Ich habe viel bessere Aufhängefedern für dich als Gekko. Du wirst schon sehen. Fast fertig, Max. Was ist das? Das federt mehr, als ich dachte. Oh, nein. Molly hat zu viel Fege. Wir müssen sie stoppen. Schnell, Rotti. Plan B. Bereit, Rotti? Jetzt, Rotti. Zeit für Plan B. Alles wieder gut, Molly. Ich weiß, du wolltest nur sein wie dein großer Bruder. Wir kümmern uns mal um die Federn, ja? Jetzt, Molly. Gecko denkt, er macht bessere Federungen als ich, hm? Aha. Du landest besser, weil du neue Federn hast. Also geh ruhig spielen. Wir wünschen viel Spaß. Hm, was ist das für ein Krach? Oh, es ist Barry, Bus. Sieht so aus, als hätte er es eilig. Alles okay, Barry? Oh, du willst nicht zu spät kommen? Aber so kommst du nirgendwo hin. Wir untersuchen dich mal. Grüni, bringst du mir bitte meinen besten Schraubenschlüssel? Oh, grüni. Oh, grüni. Oh, grüni. Du bist gestresst, oder? Ich glaube, wir sollten alle einmal tief durchatmen. Ich zeige es euch. Zuerst atmen wir ganz tief ein. Dann atmen wir aus. Jetzt seid ihr dran. Ein, eins, zwei, drei, vier, fünf. Aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, besser? Denk dran. Es ist immer gut, tief durchzuatmen, wenn man gestresst ist. Bis bald, Barry. Zum Glück hat es aufgehört zu regnen. Jetzt können wir weiter picknicken. Ich bin neu hier. Kat heiße ich und retten kann ich dich. Ich bin hier, um alle zu beschützen. Hallo, Kat. Ich bin Gekko und das sind die Mechaniker. Wir machen hier ein Picknick. Willst du mitmachen? Oh, habt ihr auch Thunfisch-Sandwiches? Ich glaube, ja. Haben wir noch welche, Tilly? Tilly, oh, ich komme. Oh nein, es ist zu matschig. Tilly rutscht weg. Vamos, Helena. Jemand braucht unsere Hilfe. Ah, es klappt nicht. Ah, warte, Tilly. Mach weiter so, Blaui. Ah. Ah, ich komme nicht ran. Gekko, nimm den Regenschirm. Aha. Oh, oh. Uff, das war knapp. Oh, bitteschön, Tilly. Wir sind ein gutes Team, Gekko. Hihi, das stimmt. Danke für die Hilfe, Kat. Hm, fast fertig, Fiona. Hier ist deine neue Leiter. Hä? Oh. Oh. Jeha! Hä? Kat, vorsichtig! Hola, Gekko. Helena und ich üben, Loopings zu machen. Guckt euch das an. Wuhu! Jeha! Jetzt einen ganz großen. Oh, vorsichtig, Kat. Oh nein! Aufpassen. Alles okay, Roti? Gekko! Ich kann ohne Helenas Kupel nicht landen. Oh nein! Schnell, Mechaniker. Wir müssen helfen. Bringt mir bitte die Reifen. noch ein bisschen dichter. Ich versuch's, ich versuch's. Halt dich fest! Blaui! Nimm die Kufen! Ich habe eine Idee! Jetzt, Blaui! Blaui! Nimm die Kufen! Ich habe eine Idee! Jetzt, Blaui! Blaui! Das ist noch mal gut gegangen. Danke für die Hilfe, Gekko. Kein Problem, Kat. Das gehört bei uns dazu. Hihi! Hm. Wir sollten das Schild mal wieder streichen, Mechaniker. Blaui, holst du bitte die grüne Farbe und nimmst Gelbi mit aufs Dach, um zu helfen? Ah! Oh je! Fiona hat sich an der Stoßstange gestoßen. Komm rein. Dann kümmern wir uns drum. Grüni, holst du bitte den extra starken Kleber? Ah! 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 Der Kleber sollte nicht grün sein. Ah! Ah! Blaui und Gelbi haben bestimmt den Kleber. Schnell! Roti! Geh aufs Dach! Oh! Oh, armer Roti. Wir müssen irgendwie anders aufs Dach kommen. Oh je, was für eine klebrige Angelegenheit. Wir müssen euch befreien, bevor der Kleber ganz fest wird. Fiona, können wir uns bitte deinen Schlauch leihen? Keine Sorge, Mechaniker. Ihr seid gleich wieder frei. Gut gemacht, ihr alle. Jetzt sehen Fiona und ich beide wie neu aus. Da ist Dylan Kipplaster. Wie können wir dir helfen? Du hast Probleme mit deinem Kipper? Los, los, Mechaniker. Hm, verstehe. Dein Kipper kippt sich von selbst aus. Mal nachsehen. Ich glaube, der Kolben muss ersetzt werden. Wenn ich hier ziehe, hört er auf, bis ich den neuen Kolben geholt habe. Das ist Filterspehen. Hä? Wieso ist der wieder umgelegt? Also ihr habt den Schalter umgelegt. Oh, schon okay. Ihr habt gespielt. Nun helfen wir Dylan ganz gezielt. Jetzt hast du einen neuen Kolben, Dylan. Aber ich weiß, was wir mit dem alten machen können. Okay, Mechaniker. Fertig. Guckt euch mal eure neue Rutsche an, die ich aus Dylans altem Kolben gebaut habe. Sieh mal, Roti. Das ist Cat. Mit den neuen Landekufen, die wir Helena Helikopter montiert haben, kann sie sicher im Schnee landen. Jaha. Geschafft, Helena. Hallo, Cat. Hola, Gekko. Hihi. Sieh mal, Roti. Carrie und Barry bauen einen Schneemann. Hey. Heiliger Schraubendreher. Sie treiben davon. Los, los, Tilli-Abschleppwagen. Keine Sorge, Zwillinge. Wir retten euch. Halt dich fest, Carrie. Ja. Oh, nein. Cat, versuchst du Barry zu erreichen? No problemo. Vamos, Helena. Drück den Knopf, Roti. Gekko. gekko Gekko Geschafft! Schade, dass wir den Schneemann nicht retten konnten. Keckko.? Ups. Lo siento. Schon okay, Cat. Jetzt hatten wir doch noch einen Schneemann. Oder eben einen Schnee-Gecko. Einiger Schraubendreher-Mechaniker. Die Tür klemmt wirklich. Warst du das, Tilly? Seht mal, das ist Trevor Traktor. Oh, das klingt, als bräuchtest du unsere Hilfe. Mir nach. Verschraubt nochmal. Ich sehe das Problem sofort. Wir müssen dein Getriebe reparieren. Mechaniker, wir brauchen Getriebeöl und Oma Gekos extra starken Schraubenschlüssel. Vorsicht, Mechaniker. Man braucht starke Muskeln in den Armen, um den Schraubenschlüssel zu tragen. So, jetzt ist es besser. Das sind gute Zahnräder. Probier's mal, Trevor. Traktoren brauchen ein starkes Getriebe, um schwere Sachen zu schieben und zu ziehen. Vielleicht kann Trevor seine Stärke nutzen, um uns zu helfen. Jetzt ziehen, Freunde. Hurra! Food gemacht, Team. Wir sehen uns, Trevor. Bis bald. Ta-da-da-da-di-du. Hihi, sehr gut, Mechaniker. Heiliger Straubendreher, ich glaube, da ist jemand traurig. Oh, seht mal, das sind Max Monster Truck und seine kleine Schwester Molly. Lasst uns ihnen helfen. Hallo Max, hallo Molly. Das Karussell klemmt scheinbar. Keine Sorge, Molly. Gleich dreht es sich wieder. Seht mal, Familie Truck. Hallo Baby Truck. Du brauchst Hilfe, damit dein Drachen wieder fliegt. Und ich habe eine Idee. Mechaniker, wir brauchen Öl und einen Schraubenschlüssel. Okay, Mechaniker, schiebt. Wow, nicht so schnell. Oh, verschraubt doch mal, mir ist schwindelig. Jetzt testen wir meinen Plan. Bereit, Mechaniker? Diesmal vorsichtig. Funktioniert. Gut gemacht, Mechaniker. Alle haben Spaß. Hallo, Bobby. Oh je. Lass uns die alte Stoßstange ersetzen. Ah, okay, Mechaniker. Nehmt ihr bitte die alte Stoßstange ab? Aber ganz vorsichtig. Langsam, 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 Vorsicht, Mechaniker. Wir müssen zusammenarbeiten. Au. Au. Oh. Danke, Grüni. Oh, oh je. Ihr müsst die Reparatur allein schaffen, Mechaniker. Ja. 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 Grüni. Danke, Grüni. Au. Mechaniker. Ihr müsst zusammenarbeiten. Ja. 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 Oh, gut gemacht, Mechaniker. Seht ihr, wie viel man mit Teamwork schafft? Du bist fertig, Bobby. Gut gefangen, Grüni. Ja. 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 Gut gemacht, Mechaniker. Eine saubere Werkstatt ist eine glückliche Werkstatt. Hihi. Ha. 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 Ja. Seltsam. Wir haben keinen Strom. Irgendwas stimmt mit unserer Solaranlage nicht. Oh je. Das Sonnenlicht kommt nicht durch. Aber das ist keine normale Wolke. Lasst uns das untersuchen. Versuch's mal jetzt, Dille. Ich verstehe das nicht. Dein Motor müsste funktionieren. Ich habe die Anleitung befolgt. Guten Morgen, Herr Wiesel. Ist dir alles okay? Alles in Ordnung, Gekko. Ich gebe auf. Lass mich mal nachsehen, Dillen. Die schlechte Nachricht ist, dass wir deinen Motor rausnehmen müssen. Aber die gute ist, dass ich einen neuen habe, der viel besser für dich ist. Und für alle anderen auch. Perfekt. Hm. Wir brauchen Hilfe von der Sonne. Und Dillen auch. Der Akku lädt sich mit Sonnenenergie auf. Während wir Dillens neuen Elektromotor einbauen. Dillen auch. Du siehst gut aus, Dylan. Hihi, gut gemacht, Grüni. Saubere Kunden sind glückliche Kunden. Und ein sauberer Planet ist ein glücklicher Planet. Danke, Rudi. Heute ist es wirklich heiß. Sieh mal da drüben. Babytruck und Mami Recycling wollen ein Picknick machen. Aber Babytruck sieht gar nicht gut aus. Komm mit, Babytruck. Wir sehen uns dich an und schauen mal, was dir fehlt. Oh, das ist das Problem. Du glühst ja förmlich. Schnell, Mechaniker, holt Wasser. Oh je, du hast nicht genug Wasser getrunken, oder? Es ist wichtig, viel Wasser zu trinken, wenn es so heiß ist. So ist es besser. Aber ich glaube, dir ist immer noch zu heiß. Aha, ich hab's. Stell die Waschanlage bitte auf kalt, Rudi. Okay, Babytruck. Zeit für eine Abkühlung. So ist's besser. Jetzt könnt ihr Picknicken faden. Habt viel Spaß. Bis bald. Was riecht dir so gut? Richtig gehört. Jeder Kunde bekommt einen Gratis-Grill-Spieß. Aha, so bekomme ich definitiv mehr Kunden. Rein mit dir, Erik. Mach schneller. Äh, brennt irgendwas? Oh, oh, oh! Oh, was stimmt mit dem blöden Teil nicht? Oh. Nein. Mein wunderschöner Grill. Fiona, Feuerwehrauto. Es brennt. Ah, ha, 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 ha. Rettung naht. Hä, hä? Oh. Hä? Wies. Lasst uns beim Löschen helfen. Los, los, Mechaniker. Ja. Oh, rettet ihn. Beeilt euch, beeilt euch. Oh, ich bin klatschnass. Ups, tut mir leid. Der Schlauch reicht nicht. Super Idee, Fiona. Wir nehmen den Feuerlöscher. Hä, ich hab dich. Hi, hi, hi. Gott sei Dank geht es allen gut. Das habt ihr super gemacht. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Hey, hey, es ist Max, der Monster Truck. Was können wir heute für dich tun? Oh, du willst wie dein Held aussehen? King Crash? Ich glaube, das schaffen wir, Max. Ich hole mein Werkzeug. Mechaniker, fangt schon mal an. He, ich will nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, ich habe mein Werkzeug. Mechaniker, was habt ihr getan? Oh, ihr findet vielleicht, dass er toll aussieht, aber das wollte er nicht. Keine Sorge, Max, wir machen das. Fertig, Max. Wolltest du so aussehen? Wieder ein glücklicher Kunde von Gekos Werkstatt. Wir sehen uns bald wieder. Gleich sind wir wieder in der Werkstatt, Mechaniker. Wow! Jemand hat auf der Straße Müll verloren. Hm, da liegt sehr viel. Und Mama Recycling sieht nicht glücklich aus. Komm mit. Wenn wir der Spur folgen, finden wir raus, wer es verliert. Hm, die Spur führt nach links. Es ist Dylan. Dylan Kipplaster. Durch die kaputte Ladeklappe verliert er Müll. Aber seine Musik ist so laut, dass er es nicht bemerkt. Mechaniker, wir müssen Dylans Musik leiser stellen. Lasst uns zur Rettung dies verwenden, anstatt es einfach zu verschwinden. Dylan, Dylan, deine Ladeklappe ist kaputt. Aber keine Sorge, ich repariere das. Und Mama Recycling und die Mechaniker sortieren den Müll. Ha, fertig. Wie läuft das Recycling? Wir sehen uns bald zu neuen Abenteuern in Gikkos Werkstatt. Dylan, mach leiser. Gibst du mir einen Schraubenschlüssel, Blau? Das ist kein Schraubenschlüssel. Das ist ein Holzlöffel. Hm, klingt wie Babytruck. Ich frage mich, weshalb sie so aufgeregt ist. Aha, ich präsentiere Wilbur T. Wiesels neuen Elektromagnet. Oh, oh. Wie schaltet man den aus? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh nein, Herr Wiesel hat ein magnetisches Problem. Alles okay, Gekko. Äh, wenn du ihn nur ausschalten könntest, indem du den Schalter betätigst. Blaui, stopp. Ein Magnet zieht alles an, was aus Metall ist. Oh. Oh nein, Mechaniker. Oh, ich weiß, Mami Recycling. Ich muss ihn abschalten. Aber ich darf kein Metallwerkzeug benutzen. Na klar, der Holzlöffel. Keine Sorge, Freunde. Gleich seid ihr frei. Dank meiner kleinen Holzlöffelbastelei. Ha, das wird nicht funktionieren. Ah, geht es euch gut? Oh, super. Wir sehen uns bald zu neuen Abenteuern in Gekos Werkstatt. Bis bald.